Ja, hallo zusammen. Es ist wieder Mittwoch. Das heißt, eine neue Ausgabe des CC-Podcasts ist hier für euch bereit. Ich wollte mich erst nochmal bedanken für das tolle Feedback für letzte Woche. Da dürfte der eine oder andere dieses Bild auch schon herkennen. Für den, der es noch nicht kennt, schaut gerne nochmal die alte Folge an. Da habe ich nämlich explizit erklärt, wie ich diesen Lichtspot hier hinten eingefügt habe. Ja, das Bild hat Calvin bei einem Personal Coaching von mir geschossen und ich habe das Ganze retuschiert. So, und jetzt habe ich viele Anfragen bekommen bezüglich meiner ganzen Bearbeitung, Schritte, Ebenen und so weiter, ob ich da nicht noch das Ganze mal zeigen könnte und dachte mir, ich mache jetzt aus diesen, also in dieser Woche jetzt mal für euch, zeige ich euch den Workflow von dieser Porträt-Retusche bei einem Mann eben. Ja, das gibt es nicht so oft. Öfter wird es bei Frauen gezeigt. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal bei einem Mann. Das geht eigentlich genauso. Ich gehe jetzt einfach mal mit euch das von Anfang an durch. So, angefangen hat es mit, die brauche ich nicht mehr, das war vorhin bloß, ne. So, jetzt, das ist das Ausgangsbild. So kommt das Bild aus der Kamera. Dann kam eine Retusche. Das hat angefangen mit einer Raw-Entwicklung. Da ist noch gar nicht so viel passiert. Leicht entsättigt, mit Lichter und Tiefen etwas gearbeitet, aber nicht viel. Dann kam die Retusche. Das war schon etwas mehr. Da habe ich die Augenbraue hier von links nach rechts gespiegelt, weil die hier ziemlich zerzaust war bei mir. Ich zeige es euch mal, wie es vorher war. So, brr, das geht gar nicht. Das ist leider keinem aufgefallen. Und auch hier, ne, Bart und sowas, ganz zerzaust. Das kam alles weg. So, die ganzen Flecken, Narbe, Pickel und so weiter, alles weg. Das ist in der Gruppe Retusche hier unten. Alles schön verpackt immer und schön benannt. Ihr seht, das ist ganz wichtig und den Tipp kann ich auf jeden Fall jedem mitgeben. Benennt euer Zeugs, macht euch Ordner, packt alles da rein, weil wenn ihr das später mal wieder aufmacht oder vielleicht auch eine Woche später oder was, ihr habt keine Ahnung mehr, was so eine, hier, wenn ich diese, so eine Ebene hier nehme, ich wüsste doch gar nicht mehr, was da passiert ist. Jetzt weiß ich, und das ist der nächste Schritt nach der Retusche, habe ich die Haut bearbeitet, beziehungsweise die Hautfarbe. Das war relativ easy. Ups, ich muss natürlich offen lassen. Ich habe einfach mehrere leere Ebenen im Modus Farbe genommen, den Pinsel, nehme dann von irgendwo mit gedrückter Alt-Taste die Farbe auf und pinsel das über den Bereich, den ich farblich anpassen möchte. Okay, habe ich hier zum Beispiel, es sind nur ganz leichte Korrekturen, deswegen, vielleicht sieht man es hier auch gar nicht. Das war jetzt an der Stirn, ja, leicht sieht man es, wie sie abpudern. Hier am Hals, ja, da sieht man es ganz gut, das war so gräulich. Und das habe ich dann einfach hier ein bisschen Farbe reingebracht wieder. Und so gab es ein, zwei Korrekturen hier von verschiedenen Stellen. Aber alles auch mit ganz wenig Deckkraft hier, 63, 49, 50, also nicht übertreiben. Schaut aber hier jetzt am Bildschirm auch mehr aus, wie es vielleicht auf der Aufzeichnung dann ist. Also an der Stirn und so weiter sieht man es. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was gemacht, hier ist die grauen Stellen weg und so weiter. So, und dann, nachdem die Farbe angepasst war, ich mit Command bzw. Steuerung und Null, passe ich mir das Bild mal wieder schnell in den Bildschirm ein. Kleiner Quicktipp nebenbei. Dann kam auch schon Dodge & Burn. Hier ist einiges passiert. Es war auch nur eine Ebene, ja, hauptsächlich zum Formen. Die blende ich euch mal ein. Zack, da kam hauptsächlich dieses Böse irgendwie zustande, dieser böse Blick. Denn ich habe hier mir so eine Zornesfalte. Also ich habe die normal eigentlich auch in echt. Frage mich, warum sie da nicht so ausgeprägt war, ja. Man sieht es schon leicht angedeutet, aber die habe ich einfach noch stärker rausgearbeitet. Also schaut es aus, als würde ich die Augenbrauen so zusammengneifen. Hier oben aufgehellt, abgedunkelt. Ich kann euch mal das einblenden mit gedrückter Alt-Taste. So, so schaut nur die Dodge & Burn Ebene aus. Haare noch, hier ein paar Falten rein. Gesicht eine Form gegeben, außenrum abgedunkelt, bzw. den Bart hier, die Lücken gefüllt. So, vorher, da ist der Bart hier noch ein bisschen hell und so weiter. Und das habe ich jetzt einfach aufgefüllt. Genau, die Nase etwas begeradigt, die Narbe weg macht. Und hier einmal außenrum auch abgedunkelt, dass das Gesicht ein bisschen mehr Tiefe bekommt. An den Haaren, ja, auch das Seder, da gehe ich auch immer, Tipp kann ich auch geben, da mache ich meinen Abwedler, mache ich ganz klein. Ja, so ein paar Punkte, vielleicht, ja, in dem Fall so zwei, drei, ja, zehn, hier dürften es sogar zehn sein. Und gehe dann hier, Moment, ich mache es mal mit mehr. Ich habe jetzt auch nur eine Maus. Aber ihr seht schon, ich kann mir hier wunderbar noch zusätzlich feine Härchen reinmalen, ja. Und das mache ich ganz gern. Das gibt dann nämlich nochmal so einen schönen Glanz. Einfach dadurch, Moment, das mache ich mal hier vorher und nachher. Seht ihr das? Das macht schon viel aus. Es gibt Volumen, es gibt Tiefe. Das mache ich ganz gern. Dann aber bitte mit dem Stift-Tablett. Nicht hier mit der Maus, weil da malt er euch nämlich einen ab. So, Command-0 wieder einpassen. Das schiebe ich mir hier wieder hoch. Und dann geht es auch schon weiter. Also das war Dodgen-Burn. Dann habe ich verflüssigt. Da habe ich die Schultern, die hängen hier etwas. Zu dem bösen Blick passt das nicht, ja. Da muss ich ein bisschen stabiler ausschauen. Deswegen habe ich die Schultern ein bisschen angehoben. Ja, ein Bart ein bisschen begradigt. Hier auch ein bisschen rangeschoben. Aber sonst ist gar nicht so viel verflüssigt. Ja, das T-Shirt noch ein bisschen ausgemittelt. Dann ist mir aber auffallend, irgendwas schaut hier immer noch nicht so stabil aus. Und dann ist mir auffallend, das sind die Arme hier unten. Ich hatte die irgendwie, weil ich glaube ich den Reflektor von unten gehalten habe, hatte ich die etwas enger zusammen. Und dadurch wirkt das Ganze etwas schmächtiger. Und deswegen habe ich die hier einfach ausmaskiert. Und ihr seht, schauen wir mal, was das für einen krassen Unterschied macht. Nur, dass ich die Arme weg mache, plötzlich stehe ich stabil da. Und da schaue ich ein bisschen so würstchenmäßig aus. Und jetzt, da steht er. Bam. Also macht sehr viel aus hier. Einfach nur die Arme wegzumachen. Habe ich bloß drüber reduziert schnell. Eine Ebene hier nur unten. Zack, weg. So, dann kam der Lichtpunkt. Wie der funktioniert, seht ihr in dem Video von letzter Woche. Na, wo ist er? Ach, ausgeblendet noch. Rein damit. Das war der Lichtpunkt. Der gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen Tiefe. Also so schwarz. Fand ich es auch schon cool. Also ich dachte eigentlich, ich wäre fast fertig. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Und dann ist mir eben das mit dem Lichtspot gekommen. Das macht echt noch mal eine schöne Tiefe. Dann kommt auch das mit der Überstrahlung hier noch mal ein bisschen besser. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und es wertet das Bild auf jeden Fall enorm auf. So, dann kam schon der Look. Da habe ich mehrere Einstellungen übereinander. Ich habe noch mal einen Camera Raw Filter, um da mit der Teiltonung zu arbeiten. Helligkeit, Kontrast. Ich habe sogar einen Color Look ab drinnen. Noch mal hier was weg. Dodged and burned. Ja, das ist mir da aufgefallen, dass an der Nase hier noch ein komisches Lichtschattenspiel ist. Und auch an der Wange, was mir etwas zu dunkel. Das noch mal weg macht. Donutkorrekturen, aber es sind nur leichte Korrekturen. Der ist relativ stark hier, der Look. Aber auch nur mit 30% angewendet. Helligkeit, Kontrast. Ja, vieles nicht. Das macht ganz viel aus hier. Der Camera Raw Filter mit der Teiltonung. Also viel habe ich da gebaut. So, das war der Look. Nach dem Look, das sollte man eigentlich fertig sein. Aber mir sind dann wieder noch mehr Sachen eingefallen. Das heißt, ich habe wieder nach oben zusammen reduziert. Und habe noch mal verflüssigt. Mir war einfach dadurch, dass es von oben nach unten etwas fotografiert ist, wirkt mein Kopf hier sehr dreieckig. Also hier oben ist die breiteste Stelle und läuft hier irgendwie zu einer Spitze nach unten zusammen. Das fand ich jetzt nicht so toll. Deswegen habe ich mir den oben noch etwas hin verschmälert, so wie es ja in echt auch ist. Also ich habe ja, mein Kopf ist ja nicht oben breiter wie unten. Also ich habe ja keinen Dreieckskopf, sondern der ist schon relativ rund. Ich habe ja hier einen richtigen Kloßkopf eigentlich. Deswegen habe ich das hier oben ein bisschen angepasst. Die eine Schulter war mir noch etwas zu weit oben. Die war einfach höher wie da drüben, deswegen habe ich die wieder etwas runter gedrückt. Ja, das war die Anpassung noch. Heißt auch schön hier benannt, noch mal verflüssigt. Und dann sind mir noch ein, zwei Sachen auffallen, die ich mit Dodge & Burn noch erledigt hatte. Da war hier unten noch ein Schatten. Hier war so eine Kante, die noch relativ stark war. Das habe ich dann einfach weg Dodge & Burned. Und hier, Finalis, Dodge & Burned, zack, einfach weg damit. Genau. Und das war es dann eigentlich schon. Dann sind wir noch bei Mini-Kleinigkeiten aufgefallen. Hier der Augenring war einfach dunkler wie der andere. Das ist mir aber erst zwei Tage später oder was aufgefallen. Also ich hatte das soweit fertig. Ich habe es liegen lassen, das Bild. Ich habe es auch nirgends gepostet und so weiter. Ich war sehr diszipliniert, ja. So sollten wir es auch nochmal machen. Und dann habe ich es nochmal angeschaut. Und dann ist mir das nämlich tatsächlich aufgefallen, dass in einer bestimmten Zoom-Stufe, ja, hier zum Beispiel, schaut das Auge da drüben einfach dunkler aus. Der untere Rand wie da drüben. Hier fällt es jetzt nicht ganz so arg auf, aber er ist etwas dunkler. Deswegen habe ich das hier noch aufgehellt. Habe hier unten an der Nase noch diesen Punkt beseitigt. Das schaut jetzt auch besser aus. Und hier noch ein, zwei kleine Sachen korrigiert. So. Und dann war ich damit zufrieden. Und dann habe ich das Ganze auch gepostet. beziehungsweise dem Chef gegeben. Und der hat es auch hochgestellt. Genau. Einmal nochmal komplettes Vorher-Nachher. So kam es aus der Kamera. So ist es am Ende. Ja, es ist ein großer Unterschied. Obwohl eigentlich ja nicht so arg viel gemacht wurde. Klar, Deutschen Burn macht viel aus. Aber, ja. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So cool stehe ich selten da. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe eure Fragen zerlegt. Falls ihr Fragen habt ja oder irgendwas noch genau wissen wollt, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ich schaue da echt immer wieder mal rein und versuche das alles zu beantworten. Bedanke mich für euch. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. So rum. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Schöne Woche euch allen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.